So Leute, wieder einmal befinden wir uns mit Bitcoin gerade an einem kritischen Punkt und genau aus diesem Grund solltet ihr auch dieses Video auf gar keinen Fall verpassen, falls hier irgendetwas mit Kryptowährung zu tun hat. Wir unterhalten uns über die mittelfristigen Aussichten, dann über die kurzfristigen und danach zoomen wir nach draußen und schauen uns nochmal die wirklich langfristigen Aussichten an. Denn falls ihr euch fragt, ob dieser Zyklus am Ende ist, ich hab da ein paar wirklich interessante Informationen für euch, die man sich meiner Meinung nach immer wieder unbedingt anschauen sollte, damit man sich halt nicht in diesen ganzen Swings verfängt, die wir mit den Preisen nach rechts, nach links, unten und oben haben. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt auch direkt mal zu diesem Chart hier gehen, den wir uns ja in letzter Zeit schon ein paar Mal angeschaut haben. Falls ihr euch an das Video von gestern erinnert, da habe ich euch gesagt, ich möchte am allerliebsten keine Kerze sehen, die jetzt unterhalb dieser blauen Linie schließt und dass wir dann nur einen kurzen Weg darüber haben. Leider ist das genau das, was wir gerade sehen, nicht nur bei der Kerze von gestern, sondern auch bei dieser Kerze hier. Klar, die ist noch nicht geschlossen, wir könnten immer noch eine Rallye innerhalb dieser Kerze sehen, die dann auch wieder deutlich über der blauen Linie liegt. Aber in diesem Moment sehen wir einfach genau das, was ich eigentlich nicht sehen wollte. Ein bärisches Zeichen für Bitcoin, dass wir durch die blaue Linie gebrochen sind, die Retests nicht schaffen, wieder darüber zu kommen. Und das bedeutet, ja, es ist wahrscheinlicher, dass wir wieder eine Abwärtsbewegung für Bitcoin sehen werden. Zumindest mal wahrscheinlicher, als dass wir wieder über die blaue Linie brechen, dann über die orangefarbene Linie und dann auch über die rote Linie. Denn all das müssten wir ja schaffen, da diese Linien nach unten gerichtet sind und sich als Widerstand erweisen werden, sollten wir bei Bitcoin noch einmal einen richtig schönen Pampa haben. Das Ding ist, ich sage euch einfach nur, wie das momentan aussieht. Ich bin natürlich kein Bitcoin-Bär, aber kurzfristig müssen wir einfach auf diese Sachen aufpassen. Wir haben nämlich in letzter Zeit so viele Pattern beobachtet, so viele Pattern in dem kürzerfristigen Zeitrahmen. Und im Grunde genommen haben wir gesehen, dass alle nach unten durchgebrochen sind. Alle kurzfristigen Pattern sind nach unten durchgebrochen. Aus diesem Grund bleiben uns jetzt eigentlich nur noch die langfristigen Pattern. Wenn wir uns Bitcoin mal auf dem Wochenchart oder in diesem Fall auf dem Dailychart anschauen, dann hält sich Bitcoin eigentlich immer noch ziemlich gut. Das ist jetzt allerdings auch so ziemlich die letzte Hoffnung für Bitcoin, wie sich Bitcoin auch kurzfristig oben halten kann. Wenn wir jetzt einmal zu diesem Chart hier wechseln, den Chart mit der orangefarbenen Box, dann möchte ich euch mal zeigen, dass sollten wir einen doch größeren Einbruch bei Bitcoin sehen. Naja, dann ist 42.000 Dollar, die rote Linie und die orange in der Box, das ist ein Level, bei dem ich denke, dass wir eine wirklich unfassbar große Unterstützung haben werden. Dann sollten wir nach unten gehen, dann behaltet das auf jeden Fall meinen Hinterkopf, denn höchstwahrscheinlich wird das, wie gesagt, richtig stark Unterstützung sein. Klar, ich habe keine Kristallkugel, aber ihr kennt meinen Handelsstil. Das letzte Mal, als wir nach unten gegangen sind, darunter, da habt ihr gesehen, dass wir wirklich richtig stark unterstützt wurden. Okay, jetzt lasst uns mal mit dem 4-Stunden-Chart weitermachen. Da haben wir dieses Art von Pattern, das sich gerade bildet. Wir haben diesen abwärts gerichteten Kanal. Der Widerstand liegt bei 48.000 Dollar, die Unterstützung liegt bei 45.000. Auch hier handelt es sich um ein kurzfristiges Pattern, das sich gebildet hat. Sollten wir nach oben ausbrechen, dann haben wir immer noch, naja, diese Level hier, die abwärts gerichtet sind, durch die wir auch durchbrechen müssen. Sollten wir allerdings nach unten durchbrechen, dann haben wir natürlich, wie ich vorhin auch gesagt habe, die Risikunterstützung bei 42.000 Dollar. Das Level, wo ich persönlich noch mehr Bitcoin akkumulieren werde und auch in einige Trades einsteigen werde. Aber jetzt lasst uns mal rauszoomen, lasst uns nochmal über den wirklich längeren Zeitraum sprechen. Auf dem Wochenchart, da haben wir immer noch dieses Dreieck oder dieses Rising Wedge. Das Unterstützungslevel liegt in diesem Moment bei ungefähr, bei ungefähr 44.000 Dollar. Das ist jetzt also die erste Art von Unterstützung, die wir erfahren werden. Natürlich abgesehen von dieser roten Linie, auf die ich aber gleich auch nochmal im Video zu sprechen komme. Das ist jetzt das nächste Unterstützungslevel. Wir haben also das 44.000 Dollar Level und dann darunter haben wir noch das 42.000 Dollar Level, also diese rote Linie hier. Jetzt lasst uns allerdings erst einmal über das hier sprechen. Das hier ist auf dem Wochenchart und wie gesagt, das ist auch eine Sache, die ich euch schon seit mehreren Wochen erzähle, denn das muss halten. Bis jetzt hält sich das, aber wenn wir noch ein bisschen näher reinzoomen, dann können wir auch sehen, in welchem, naja, in welchem fragilen Zustand wir uns gerade befinden. Denn hier auf dem Daily Chart, da befinden wir uns wirklich genau auf dieser roten Linie. Wir können auch sehen, dass wir lauer heiß machen. Das bedeutet, wir formen gerade auf dem Tageschart so eine Art Dreieck. Das macht mich jetzt natürlich nicht unbedingt ultra bärisch für Bitcoin. Das bedeutet lediglich, dass ja, wir könnten erst einmal nach unten gehen, bevor die Sache dann wieder richtig anfängt nach oben zu gehen. Klar, wir haben einfach überschwängliche Mengen an Verkaufsdruck, die von den Wahlen kommt. Die Menge an Käufer, die ist einfach nicht in der Lage, den Bitcoin-Preis oben zu halten. Wir haben die Daten gesehen, dass die Wale wirklich eine ganze Menge Bitcoin an die Exchanges transferieren. Und das hat mich ja schon vor ein paar Wochen vorsichtig gemacht. Und klar, das hat auch irgendwo meine These entkräftet, dass wir nochmal nach dem 25. November direkt richtig schöne Pumps bei Bitcoin sehen werden. Weil das Sentiment, auf das ich eigentlich gehofft habe nach dem 24. November, das ist leider komplett umgeschlagen, nachdem wir bei den traditionellen Märkten diese riesige Unsicherheit bekommen haben. Wo die traditionellen Märkte nach unten gesunken sind, Bitcoin mit sich gezogen haben. Und dann haben wir natürlich noch die Bitcoin-Wale gehabt, die massive Mengen an Bitcoin auf die Exchanges transferiert haben. Weil sie höchstwahrscheinlich auch damit gerechnet haben, dass wir eigentlich eher bullisches Sentiment nach dem 25. November haben werden. Aber jetzt müssen wir einfach ein bisschen weiter nach vorne blicken. 42.000 Dollar, sollten wir da hinkommen, werde ich einiges an Bitcoin kaufen und dann werden wir mal schauen, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt dieses Level anschauen, was gerade bei rund 46.900 Dollar liegt. Denn das ist unfassbar wichtig. Sollten wir nach unten durchbrechen, dann werden wir auch auf den längerfristigen Zeitrahmen nach unten brechen, was keine gute Sache wäre. Okay, ich habe jetzt bereits auf die traditionellen Märkte hingewiesen. Die werden auch später noch am Tag öffnen. Jetzt gerade sehen wir, sind wir unter der orangenen Linie bei 4.644. Was wir jetzt gerne sehen wollen, wenn die traditionellen Märkte öffnen, dann möchten wir eine Erholung über dieses Level sehen. Sollten wir das nicht sehen, wenn wir weiter auf diesen Widerstand einhämmern und dann weiter nach unten gehen, naja, dann wird sich das auch negativ auf die Kryptowährung auswirken. Zumindest höchstwahrscheinlich und selbstverständlich dann auch auf die Altcoins. Was auch wieder nicht als Hut wäre für die Kryptomärkte als Ganzes. Wenn wir noch ein bisschen nach außen zoomen, dann haben wir immer noch die Makros, die Makro-Top-Indikatoren, die uns sagen, dass wir das Top eigentlich immer noch nicht gesehen haben. Bedeutet das, dass es unmöglich ist, dass wir das Top gesehen haben? Nein, natürlich nicht. Jedes Modell wird so lange funktionieren, bis es das nicht mehr tut. Aber wenn man jetzt wirklich daran glaubt, dass das das Top gewesen ist, dann muss man auch verstehen, dass es komplett anders wäre, wie all die anderen Tops, die wir vorher gehabt haben. Beispielsweise das hier auf dem zweiwöchigen RSI. Das hat uns bis jetzt eigentlich immer genau gezeigt, wann wir an der Trendlinie der Top gehabt haben. Hier Top hier, Top hier, dann hier und auch hier, als wir die Trendlinie berührt haben. Das war das Top in 2017. Dann auch hier im April von 2021. Und dann sind wir mit dem Preis gestiegen, haben ein neues Allzeithoch erreicht. Aber laut diesem Modell hier, sollte die Spitze erst erreicht sein, wenn wir diese Trendlinie beim RSI erreichen. Zumindest ist es das, was bis jetzt in der Geschichte von Bitcoin immer passiert ist. Und wenn ihr nicht daran glaubt, dass es diesmal auch passieren wird, dann wäre es zumindest komplett anders als früher. Und zwar, dass wir einen Top gehabt haben, ohne die Trendlinie beim RSI berührt haben. Deshalb gebt uns das zumindest mal einen Hinweis darauf, dass wir noch weiter nach oben steigen, bevor wir das Top erreicht haben. Ein weiteres Indiz dafür ist der CMF. Denn der CMF zeigt uns, dass wir das Makrotop auch erreicht haben, sobald wir diese Trendlinie hier erreicht haben. 2013 hatten wir das. Dann hatten wir das 2017. Da haben wir es auch getroffen. Und jetzt haben wir eigentlich noch eine ganze Menge Platz nach oben, bevor wir diese Trendlinie beim CMF erreichen. Deshalb, wir müssten jetzt mit dem Preis erst einmal noch ein bisschen nach oben steigen, damit wir die Trendlinie erreichen können. Falls ihr jetzt tatsächlich daran glaubt, dass wir das Top für Bitcoin schon gesehen haben, dann glaubt ihr auch, dass dieses Modell einfach nicht mehr funktionieren wird und dass wir das Top gesehen haben, ohne dass wir diesmal die blaue Linie hier oben berührt haben, was wir sonst in allen Zyklen gesehen haben. Im Grunde genommen war es das dann auch schon für dieses Video. Wie immer freue ich mich tierisch über einen Kommentar darüber, wenn ihr liked und das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank für's Zuschauen.